Ich fange zur Deckung fahren. Fuck. Hat er mich noch geklärt? Ja, doch. Wenn du irgendwas gegen Panzer dabei hast, schon. Ja, ich hab meinen großen Hammer dabei. Ich spreche von C4 oder so. Ansonsten wirst du da nicht lang leben. Schräg? Ja. Ich bin tot. War ein Versuch wert. Ja, aber das hat von uns über einen Versuch wert und der hat auch noch geklappt. Ich bin einfach über die gegnerische Panzer wie drüber gesprungen. Mit Marissa, weil wir am Brennen waren und ich hab überlebt. Jawohl, Lightning System kill. War auch mehr Glück als irgendwas anderes. Und jetzt haben wir am besten versucht, hinter die zu kommen. Wo ich ganz ziemlich gut dabei bin, glaube ich. Wenn ich uns jetzt nicht hier drin festgesessen habe. Ich komme über die Berge mit Infanterie wieder. Und der Max. Und der Max. Und den. Ach, den. Ach, den. Der hat jetzt nur Schreck gefangen. Ach, schau mal. Ach, du. Kacke. Ach, du scheiße. Du hast du hüben wieder alles rumgedreht. Und der Pounder Max. Natürlich. Ja, Leute, das war's dann auch, aber für heute. Nein, ich lebe noch. Ja, gut, aber auch noch 10 Minuten. Ich lebe noch immer. Oh, das ist ein Max. Ja, ich will grad schießen. Ja, die Folge machen wir jetzt noch. Und wir waren so gut wie tot. Ah. Ah. Sunny getötet. Jawoll. Wir müssen da hoch. Da siehst du, die Ball hat auch auf uns. Und sie trifft. Und da ist noch ein Lightning. Der trifft halt. Ne, das ist ein Brawler. Der trifft auch. Major Tom? Was? Fuck doch die Henne jetzt! Natürlich, das soll jemand wieder loswerden. Er ist zu verräterisch. Kommt das an die, kommen wir nicht. Natürlich kommen wir nicht zu mir. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Hast du drisst den Sanderer? Ich wüsste ja. Flägt man zum Ruh. Auch. Hoch. Und jetzt ist er weg, aber er brennt. Weil der von allen anderen gut eingesteckt bekommen hat. Aber hier vorne war irgendwo ein Brawler. Ich will dich mit dem anlegen. Auf Distanz. Körst du's? Da war der Schuss. Ja. Da ist der andere. Da war Flash. Äh, Flash. Weg die Sau. Und da ist der Brawler. Der Brawler war hier. Oh. Irgendwie sind das heute nur Noobs von denen. Irgendwie sind das heute nur Noobs von denen. Ja, vor uns, geil. Ja, der fuhr grad noch in die andere Richtung. Das ist heute eigentlich nur Noobs. Ja, wir sind safe. Zack, wenn er kommt, ne? Ja. Aber, ja. Ah, ich seh ihn übern Drack da. Der fährt vor uns. Ja. Er fährt runter, wir fahren hoch. Ja, wir werden uns wieder einen Hit mitgeben. Gut. Wir gehen in die nächste Deckung. Gegen Brawler muss der immer von Deckung zu Deckung fahren. Fuck. Guck. Hat er mich noch gekriegt? Ja, das ist ein scheiß Infanteries. Jetzt krieg ich ein Abzeichen dafür, aber eben nicht. Warum war der nicht mehr markiert? Fuck that. Naja. Kommen wir ins wiederum Keller. Das ist das Wichtigste. Das ist der Wichtigste. Markier ihn mal. Ja. War weg schon. Gut. Dann weiß ich nämlich wieder, wo er ist. Warum hab ich jetzt das Licht angeschaltet? Dennoch, sieben Schuss. Na okay, wir machen einen Abgang, aber zuerst halbes Leben herstellen. Aber unterhalb im Leben, kill der on. Was? Er ist da. Gut. Legt sich ein Level 91er von Fu mit mir an, ich bin schwer. Und er ist Spion. Spion haben Papierrüstungen. Ja, wir holen dir mal Ammo, würde ich sagen. Ja. Boah, jetzt schäle ich mich direkt vor den Sniper. Das ist weder klug noch produktiv. Naja. Sag Bescheid, ne? Jetzt sollten wir uns den gecleanet kriegen eigentlich. Weiter. Da. Ja. Ja, genau. Die. Ja, genau. Die. Ja, die kommt nicht mehr, glaub ich. Ja, die kommt nicht mehr, glaub ich. Ja. Fuck, Frank, das beschießt mich. Ach so, da ist alles voll hier. Sag das mal einer. Die sind ne Anti-Panzergranate eigentlich relativ praktisch. Äh, die machen schon einen Schaden und die bleiben am Panzer kleben. Echt? Ja. Ach so. Wenn's ne Anti-Panzergranate ist, ich weiß es nicht. Ne Galaxy, genau, der hat schon drauf geschossen. Wir müssen dieses Bomb-Beacon dezimieren. Das ist zu gefährlich, das hinter uns zu haben. Wenn hier gleich ein ganzer Squad irgendwie leichter droppt oder so. Was ist denn der? Was ist denn der? Da also. Da kam aber auch schon wieder einer runter, vor uns am Stein. Ach so, ich bin ja auch nicht Spion. Sag ich doch. Da kam auch schon die ersten leichten runter. Gut, unsere Sand sind alle weg. Dummerweise. Oh oh. Lass uns Spion. Hö. Ich hab den, die leichte überfahren. Hat nen Berg drin. Mach doch einer meinen Sandy auf. Oh mein Gott. Null. Im Biolab geht's auch ordentlich, ab 96, 96. Hä, den Wunnen vom Vangard-Kild. Machst du den Wunnen vom Vangard-Kild? Ja, da in der Anzeige 0% Leben, 0% Leben, Vangard-Sand-Kild. Cool. Jetzt kommen wir mal bei der Hungry-Rand ist. Die hab ich mal noch mal gefahren. Ja, die Aufnahme ist ja eh gleich rum. Fünf Minuten. Jawoll, hat noch ein Lightning genommen. Und noch ein Kiel ist es für ein Spiel. Und noch ein Willis ist. Nein, hinter uns. Ach du Scheiße. Hab ich jetzt daneben geballert. Boah. Das bewegt der sich noch. Keep pushing guys, also gather keep moving. Ich bin doch ganz vorne, was soll ich noch pushen? Du nicht. 700 Panzer hier, die schon wieder am Platz stehen. Ich war ganz allein vorne. Ja, und ich sitze auch schon wieder im vordersten Panzer von allen. Ich lande immer auf dem Servier-Plablett. Servier-Plablett. Die Panzer ziehen sich sogar zurück. Ja. Wenn wir in die Base ein. Und da abrücken wir ein. Oh ja, wenn wir hier ein. Wo gehen wir einfach nicht von hinten rufen. Stimmt. Ja, da ist ein Sander. Und spawnen ist gut. Ich spawnen gerade bei den Gegnern. Ja, du hast eben das A eingenommen von uns. Ja, ich. Und zwei anderen. Und so, aber da ist gleich weg. Da geht gerade ein Lippies drauf. Wurde zerstört, ja. Wo wird das statt? Ja, gehen wir mal is. Trupp, dann kann ich spawnen wegen setzen. Zitzen. Pass auf, die lebt da noch sie am Arsch. Ja. Sonst kann ich keinen spawnen wegen setzen, an der Scheisschlampe. Na ja, dass immer auf meinen Kollegen zu beschießen, du Arsch. So, spawnen wegen gesetzt. Ja, die Mossi macht dich weg. Ja. Die Kleiden durch. ich die wand schießen und dann töten ist zum kotzen haben wir nehmen aber scheiße ja noch recht nicht mehr den scheiß muss ich da ja noch lebe ich noch nicht mehr aber es war noch eine gute aktion zum schluss haben noch die sparen biegen gleich mal gucken ob ich die mosse trocken kann nein kann ich nicht unterstütze ich dich da noch einmal ich bin es worden ja ja die max macht mich gerade hat mich gerade fertig dann war stech nein wir haben noch eine minute was machen wir jetzt eine minute lang keine ahnung nix minute 30 gehen wir kurz ins bio lab einmal gucken 96 96 muss man angucken wobei mal haben ja 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 noch voll overpopulation na guter weil es kommt bis jetzt was pt batter was heißt pt batter pt batter halt was heißt das hat mir gerade einer privat geschrieben ich glaube es war ein entgegen zum carl in terreno google doch google besitze mitten der aufnahme oder am ende das andere kill es ist ich bin noch nützlich ich muss auch ein kind machen eigentlich nah nö gut nehmen wir haben noch scheiße wo fällig kriege ich bulletproof holt mich ich gehe mal zurück jetzt habe ich mir selber eine rocket reingehaut so meine haftgranate raus wow noch einen damit getötet sogar leck mich wenn die phantamine einen menschen getötet ja es geht auch ziemlich gut bei labkampf ist nicht so von nö ist wie gedacht wird meine spektoren leeres wort gestellt was von der seite weg ist man wahrscheinlich was verbündet oder nein da steht irgendein terraner spion direkt zwischen unseren leuten bisschen mehr power die hier gewartet wir sind ein bisschen sporn camping auch der hat mich der gleiche idee gehabt wie ich ja leute jetzt ist es rum wir sagen wir sind raus und bis zum nächsten mal tschüss da war marcus